Sie hören Die neue Weltunordnung Wie sich der Westen selbst zerstört Von Peter R. Neumann Gelesen von Frank Arnold Ein Hörbuch des Argon Verlags Einleitung Dies ist ein Buch über Ideen und ihre Konsequenzen. Es zeigt, wie der Westen, der noch vor 30 Jahren als unschlagbar galt, sich mittlerweile selbst zerstört. Es dokumentiert die Entwicklungen, die dazu beigetragen haben. Und es zeigt, dass sein Niedergang paradoxerweise auf denselben Ideen beruht, die ihn einst so stark machten. Die Schlussfolgerung ist nicht, dass der Westen andere Ideen bräuchte oder ganz auf sie verzichten sollte, sondern dass er sie neu formulieren muss, als nachhaltige, pragmatische Moderne. Doch was ist der Westen überhaupt? Der Westen, so wie ihn dieses Buch versteht, ist keine Himmelsrichtung und keine politische Allianz. Er ist vor allem eine Geisteshaltung. Sein Ursprung liegt in den Ideen der Aufklärung, die sich ab dem 17. Jahrhundert zuerst in Westeuropa und anschließend in Nordamerika verbreiteten. Zu ihren Pionieren gehören Wissenschaftler und Philosophen wie der Engländer Francis Bacon 1561 bis 1626 und der Franzose René Descartes 1596 bis 1650, die sich mit Fragen der Metaphysik und Erkenntnistheorie beschäftigten. Ihre Antworten, die unter Intellektuellen, in Kaffeehäusern und Freimaurerlogen heftig diskutiert wurden, waren für damalige Verhältnisse revolutionär. Menschen müssten sich nicht ihrem Schicksal fügen, Fortschritt sei möglich, alles lasse sich verstehen, solange der Erkenntnisprozess auf Vernunft beruht und sich an dem orientiert, was logisch und messbar ist. Diese Ideen waren eine Kampfansage an den Status quo. Dass alle Menschen Vernunft besaßen und ihr Schicksal in die eigene Hand nehmen konnten, ließ sich mit dem Absolutheitsanspruch von Kirche und feudalistischen Herrschern nicht vereinbaren. Aus der wissenschaftlichen Revolution wurde im Laufe der Zeit deshalb eine politische. 135 Jahre nachdem Descartes seinen berühmten Satz »Ich denke, also bin ich« formuliert hatte, proklamierten die Einwohner der britischen Kolonien in Nordamerika ihr Recht auf Leben, Freiheit und das Streben nach Glück. Und wiederum ein Jahrzehnt später stürmten die Revolutionäre in Frankreich im Namen von Freiheit, Gleichheit und Menschenrechten die Bastille. Dies waren die wichtigsten und bis heute prägendsten Ereignisse, die der liberalen Moderne und damit dem Westen ihren Inhalt gaben. Sie schufen die Voraussetzung für das, was der britische Historiker Nile Ferguson als »Killer-Apps« der westlichen Moderne beschrieb, die Kombination aus Wissenschaft und Technologie, ökonomischem Wettbewerb, Rechtsstaat und Demokratie. Einer der entscheidenden Gründe für ihren weltweiten Siegeszug war, dass diese Ideen von Anfang an als universell, das heißt im Prinzip für jeden Menschen, gültig formuliert waren. Alle Menschen, nicht nur Franzosen oder Amerikaner, waren politisch gleich. Jeder hatte das Recht auf fundamentale Freiheiten und Würde. Und obwohl Sklaverei und Kolonialismus zeigten, dass Anspruch und Realität oftmals weit auseinanderklafften, war ihre Anziehungskraft enorm und reichte weit über den christlich-abendländischen Kulturkreis hinaus. Die Verbreitung westlicher Ideen wurde zur historischen Mission. Niemand zweifelte daran, dass eine Welt, in der alle Menschen in den Genuss liberaler und moderner, das heißt westlicher Werte kämen, gerechter, freier, wohlhabender und friedlicher sein würde. Heutzutage sind die Ideen der liberalen Moderne so selbstverständlich, dass sich kaum jemand vorstellen kann, wie es anders sein sollte. In Ländern, deren Gesellschaften sich an westlichen Ideen orientieren, leben die Menschen länger als je zuvor. Krankheiten, die einst Millionen getötet haben, sind ausgerottet. Marktwirtschaft und Wettbewerb haben beispiellosen Wohlstand geschaffen. Fast alle Staaten, die von westlichen Ideen geprägt wurden, sind Demokratien mit freien Wahlen, unabhängigen Gerichten und individuellen Freiheitsrechten, die ihre Bürger vor staatlicher Verfolgung schützen. Dass die menschliche Existenz stets einsam, armselig, die können wir haben. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.